Starker Rentenanstieg für das Jahr 2022 erwartet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 2. November 2021 ging es durch das Fernsehen. ZDF, ARD und auch DBA haben berichtet, dass es wohl zum 01.07.2022 im Westen eine Rentenerhöhung von 5,2% und im Osten von 5,9% geben soll. Und zwar ergeben sich diese Zahlen aus dem Entwurf eines Rentenversicherungsberichtes der Deutschen Rentenversicherung, der heute am 03.11.2021 veröffentlicht werden soll. Wir kennen ja die Rentenversicherungsberichte der letzten Jahre und auch da gab es Prognosen zur jeweilig anstehenden Rentenerhöhung und die waren schon sehr zielgenau. Deshalb ist diese Prognose wirklich eine sehr gute Nachricht für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Und die Rentenerhöhung betrifft grundsätzlich sämtliche gesetzliche Altersrenten, auch die gesetzlichen Unfallrenten, die Erwerbsminderungsrenten und auch die hinterbliebenen Renten. Also wir können davon ausgehen, dass knapp 26 Millionen Rentenempfänger, davon sind ein paar Millionen doppelte Rentenempfänger, hier von einer solchen Rentenerhöhung profitieren werden. Wenn jemand 1000 Euro Bruttorente hat, kann er im Westen dann ab dem 01.07.2022 52 Euro bruttomonatlich mehr Rente erwarten und im Osten sind es dann 59 Euro bruttomonatlich mehr Rente. Von der Bruttorentenerhöhung gehen natürlich noch Sozialversicherungsabgaben und auch eventuell Steuern ab. Aber ich warne vor zu großer Euphorie und Freude, denn das letzte Wort bei der Rentenerhöhung hat die zukünftige neue Bundesregierung. Grundsätzlich erlässt die Bundesregierung im März 2022 eine sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung. Und erst wenn diese Rentenwertbestimmungsverordnung erlassen ist oder veröffentlicht worden ist, wissen wir, ob und in welcher Höhe dann auch tatsächlich eine Rentenerhöhung zum 01.07.2022 kommen wird. Aber die hier vorgestellten Zahlen, 5,2% im Westen und 5,9% im Osten, stimmen uns sehr optimistisch und wir würden uns freuen, wenn diese Zahlen auch eintreten würden. Mit angezogener Handbremse große Freude für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Es gibt eine starke Rentenerhöhung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.